Montag Nach rund siebenwöchiger Abstinenz ist Gökhan Töre zurück im Mannschaftstraining. Der 20-jährige Türke hat seine Meniskusverletzung gut überstanden und soll in zwei Wochen wieder einsatzbereit sein. Dienstag Auf dem Platz läuft es momentan nicht so richtig rund, privat dafür umso mehr. Per Schielbrett ist zum zweiten Mal Vater geworden. Ehefrau Christina brachte am Montagabend Eline-Sophie zur Welt. Unterdessen bekommt Thorsten Fink Verstärkung auf dem Platz. Jean-Daniel Groß, U21-Trainer des FC Luzern, schaut dem HSV-Trainer als Praktikant über die Schulter. Mittwoch David Jarolim steht kurz vor einem Jubiläum. Kommt der Tscheche gegen Stuttgart ohne gelbe Karte aus, darf er beim Auswärtsspiel auf Schalke sein 250. Bundesligaspiel feiern. Donnerstag Die Torhüterposition beim HSV steht weiter im Fokus. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Jaroslav Drogny als Nummer zwei beim FC Bayern im Gespräch sein. Ich glaube, sie oder ich auch haben letzte Woche schon gesehen, dass ihm das überhaupt gar nichts ausmacht, diese Spekulationen, dass er damit hervorragend umgehen kann. Derweil steht der Deal mit René Adler, der am Montag zum Medizincheck in Hamburg war, offenbar kurz vor dem Abschluss. Wir haben ja überhaupt nichts zu vermelden im Moment, von daher konzentriere ich mich weiterhin auf unser Spiel am Samstag. Das ist für mich erstmal das Wichtigste. Und alles andere haben wir ja schon gesagt, dass Frank am Freitag wiederkommt, dass wir einige Dinge besprechen und dass dann jeder Bescheid bekommt. Stimmt der Aufsichtsrat den finanziellen Rahmendaten zu, wird Frank Arnesen wohl spätestens Anfang nächster Woche einen neuen Torhüter unter Vertrag nehmen. Freitag Neben dem Hin und Her um die Torwartposition steht für den HSV auch noch ein Bundesligaspiel auf dem Programm. Mit dem VfB Stuttgart gastiert der Tabellenachte im Volkspark. Ich glaube, dass wir gegen Stuttgart auch gute Chancen haben, unseren Stiefel durchzudrücken und uns auch viele Torchancen gerade hier zu Hause zu erspielen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen zu Hause nicht so gut ausgesehen wie auswärts und das wollen wir natürlich auch ändern und mit der Einstellung gehen wir auch ins Spiel. Mit einem Sieg könnte der HSV in der Tabelle an den Stuttgartern vorbeiziehen und sich zugleich ein wenig für die Niederlage im DFB-Pokal revanchieren.